Was sagen Sie zu der Schuldfrage? Waren Sie es? Nein, ich war es nicht. Der, der hier seine Unschuld beteuert, ist Andreas Dasow. Er sitzt seit 12 Jahren im Gefängnis, verurteilt wegen eines kaltblütigen Doppelmordes und einem versuchten Mord. Der Prozess gegen ihn war spektakulär und umstritten. Denn das Urteil wurde aufgrund von Indizien gefällt. Am Tatort fanden die Ermittler keine DNA-Spuren des Verurteilten, es gibt keine Zeugen und die Mordwaffe wurde nie gefunden. Mein Name ist Christina Pohl, ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. Ist das Urteil im Fall Doppelmord von Babenhausen ein Justizirrtum? Wir wollen in den nächsten 3 Folgen die Beweislage erörtern und belastendes und entlastendes suchen und finden. Mein Kollege Henrik Neumann kennt so gut wie jedes Detail aus diesem Verfahren. Schön, dass du der Vorladung gefolgt bist. Herzlich willkommen im Verhör. Hallo Christina. Henrik, dir ist es ja gelungen, Andreas Dasow im Knast zu interviewen und zu befragen. Wegen der Pandemie ging das nur über Skype. Die Justizvollzugsanstalt in Schwalmstadt hat dir das genehmigt. Ausnahmsweise, glaube ich, warst du eigentlich der Einzige? Zuerst einmal muss ich sagen, dass mich das natürlich schon gefreut hat, weil ich glaube, ich war über 2 Jahre, ich glaube, 2,5 Jahre versucht habe, Andreas Dasow zu interviewen. Das war schon so, dass wir als TV-Medium da einen exklusiven Zugang bekommen haben. Ich glaube, der Hintergrund war so ein bisschen eben, dass meine ersten Anfragen, als ich mich vor 2,5 Jahren, muss es ungefähr gewesen sein, zum 1. Mal mit dem Fall ausgiebig beschäftigt habe, wurden meine Anfragen vom Justizministerium abgelehnt. Und da haben wir uns durchaus ganz schön gestritten, weil ich die Begründung nicht nachvollziehen konnte, warum man uns hat nicht mit dem verurteilten Doppelmörder sprechen lassen, zumal er seine Unschuld beteuert. Also es hieß dann so ein bisschen, dass er ein Tatverweigerer sei und es für seine Resozialisierung nicht gut sei, wenn er jetzt wieder immer noch beteuert. Er war es nicht. Was glaubst du denn? War es oder war es nicht? Naja, das ist ja wirklich, das ist schon sehr schwer zu sagen. Du kannst den Menschen am Schluss ja nur vor den Kopf schauen und nicht weiter rein. Von da an tue ich mich schwer damit, zu sagen, er war es oder er war es nicht. Zumal das auch nicht meine Aufgabe ist. Ich bin ja Journalist, ich bin zum Glück kein Richter oder kein Staatsanwalt. Ich will das in dem Fall auch gar nicht entscheiden müssen. Was meine Aufgabe als Journalist ist, ist auf dieses Urteil zu schauen, auf die Indizien in dem Prozess zu schauen und die Fragen aufzuwerfen, die sich da einfach stellen. Denn in diesem Urteil gibt es viele Stellen, wo du sagst, das kann so gewesen sein, das muss aber nicht so gewesen sein. Und Andreas Dasow wurde wegen dem Doppelmord und dem versuchten Mord, wegen auch der besonderen Schwere der Tat zu 25 Jahren plus verurteilt. Also das heißt, nach 25, 23 bis 25 Jahren darf man in Hessen erst gucken, ob er frühzeitig raus darf. In anderen Bundesländern ist das nach 15 Jahren. Das heißt, der Mann sitzt mindestens erst mal 25 Jahre im Knast. Im ersten Jahr oder in den ersten Jahren, da rechnet man praktisch noch mit Tagen. Also bei mir war das so, dass ich auf dem Kalender wirklich angefangen habe, Tag 1, 2, 3, 4, 5 hinzuschreiben, weil ich irgendwann gedacht habe, also so als Zielvorgabe, gut, das wird sich irgendwann aufklären. Vielleicht nach 14 Tagen, dann habe ich 50 Tage so als Ziel gesetzt. Dann habe ich gesagt, gut, lassen wir es mal 100 Tage sein. Und habe das dann im Endeffekt, wie als wenn ich es runtergerechnet habe, und habe gesagt, bis dahin wird es sich geklärt haben. Bis dahin ist man wieder ein freier Mann. Und nachdem das dann halt nach und nach immer, wie soll man es sagen, also man ist ja nicht entlassen worden. Das hat sich immer wieder nach hinten gezogen, nach hinten gezogen. Und dann hat man wirklich daran gedacht, da hat man nicht mehr in Tagen gedacht, sondern man hat gesagt, okay, man muss jetzt in Monaten oder in Jahren denken. Es ist eine dumme Situation, aber ich versuche es besser als die Situation zu machen. Und man muss die Tat auch bereuen, um früher rauszukommen. Und das tut er ja nicht. Er sagt ja, er ist unschuldig. Er sagt, er ist unschuldig. Das ist ein Tatleugner. Er müsste sich damit auseinandersetzen. Aber das ist natürlich, wenn du felsenfest davon überzeugt bist und es möglicherweise wirklich nicht warst, ist natürlich irre zu sagen. Der muss sagen, dass er es war, um früher rauszukommen. Denn wenn es wirklich nicht war, würde ich auch keinen Mord zugeben. Und von da an war es schon so, dass wir da sehr, sehr lange dran geackert haben und ich diesem Gespräch schon entgegengefiebert habe, weil du aus dem Urteil ein Bild von Andreas da so gezeichnet bekommst, wo er ein kaltblütiger Mörder ist, jemand, der das geplant hat, über Jahrzehnte, über fast ein Jahrzehnt offensichtlich geplant hat und dann irgendwann losgegangen ist, als die Chance war und dann kaltblütig eine ganze Familie ausgelöscht hat. Wenn du aber mit Freunden, mit Angehörigen, aber auch mit Psychologen, mit Menschen sprichst, die ihn kennengelernt haben, dann zeichnet sich ein ganz anderes Bild. Also er wurde auch von Zeugen in dem ganzen Verfahren immer eher als sehr zurückhaltend, als ein liebevoller Familienvater beschrieben. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann das sein, dass der auf der einen Seite von der Staatsanwaltschaft und von den Richtern in diesem Urteil dieses Bild gezeigt wird und auf der anderen Seite eben ein ganz anderes Bild gezeigt wird. Und da war es schon so, dass wir immer gesagt haben, man muss eigentlich mal mit dem sprechen. Du wirst trotzdem nicht entscheiden können, ob er es war oder nicht. Wir haben ja da an unserer Tafel mal so eine Liste gemacht mit Pro und Contra. Wollen wir das mal, Familienvater ist ja erst mal für ihn, spricht ja für ihn, ne? Er ist nicht vorbestraft. Er ist absolut, genau, er ist nicht vorbestraft. Dann schreibe ich das jetzt einfach mal dahin und du kannst ruhig mal weitererzählen, warum das vielleicht für ihn sprechen würde. Ja, er ist nicht vorbestraft, nicht polizeibekannt, er hat keinen Waffenschein, er ist eigentlich, passt überhaupt nicht in dieses Bild. Also wir haben ja auch in der Vergangenheit schon mit schwerkriminellen Interviews geführt, mit Mördern Interviews geführt und bei vielen von den Leuten, wenn du mit denen redest, da merkst du schon, die haben eine kurze Zündschnur oder die switchen sehr in dem, was sie sagen, die widersprechen sich. Und das war bei Das überhaupt nicht der Fall. Also der war sehr ruhig, der hat wirklich ausführlich auf jede Frage geantwortet, auch auf die unangenehmen Fragen sehr ausführlich geantwortet. Und wenn du mich nach meiner persönlichen Meinung fragst, die wir jetzt natürlich, das würden wir jetzt nie in einem Film thematisieren, aber für mich hat der da völlig fehl am Platz gewirkt. Also der hat nicht so gewirkt wie ein Schwerkrimineller, der jetzt irgendwie da in der JVA sitzen muss. Vielleicht kannst du kurz mal schildern, was da tatsächlich wann, wie, wo abgelaufen ist, damit wir mal eine Orientierung haben und wissen, was in der Nacht geschah. Das kann ich machen. Also zuerst einmal, vielleicht um das Urteil einmal nochmal ganz klar zu sagen, Andreas Dasow wurde verurteilt wegen dem Doppelmord und dem versuchten Mord. Doppelmord an der Familie oder an den Herr und Frau Toll, eben an seinen Nachbarn. Es wurde eben die besondere Härte festgestellt. Das heißt, er ist 23 bis 25 Jahre erstmal in Haft. Die besondere Härte wurde festgestellt, weil man von niederen Beweggründen ausgeht. Denn das Motiv, warum er seine Nachbarn die Wand an Wand zu ihm wohnen, umgebracht haben soll, ist Lärmbelästigung. Das heißt, es soll da Streitigkeiten gegeben haben. Die Nachbarn sollen sehr laut gewesen sein. Und dann soll eben Andreas Dasow losgegangen sein und diese Familie Toll komplett ausgelöscht haben. Das wäre ja was gegen ihn. Das schreibe ich jetzt mal ganz kurz auf. Und dann gingen wir uns mal der Tat. Lärmbelästigung ist sozusagen ein Motiv. Wir kommen da später nochmal ausführlich zu, wenn wir ein bisschen über die Familie reden werden. Denn da gibt es auch Dinge, die man sich nochmal genau anschauen muss. Okay. Also was genau ist in der Nacht passiert? Wir können ja da mal reingehen. Also es ist der 17. April 2009. Die Kleinstadt Babenhausen in Hessen, die liegt noch im Morgengrauen. Es ist noch dunkel. Als der Immobilienmakler Klaus Toll morgens losgeht, das ist so kurz vor vier, und er will den Müll rausbringen. Die Siedlung, das ist eine Reihenhaussiedlung. Die Tolls haben das Endhaus. Und Klaus Toll hat die Angewohnheit, jeden Morgen so um drei aufzustehen. Dann macht er den Hausputz. Und meistens geht er um kurz vor vier raus und bringt eben den Müll raus. Und als er an diesem Morgen, am 17. April, die Tür öffnet, wartet sein Mörder vor der Tür. Klaus Toll kriegt sofort zwei Schüsse ab. Also es wird sofort zweimal auf ihm geschossen. Nachbarn hören die Schüsse auch. Klaus Toll reißt die Arme hoch. Er wird, die ersten zwei Schüsse gehen in die Arme. Und dann sackt er zurück oder wird geschoben. Das weiß man natürlich nicht so ganz genau. Das ist so ein Vorraum in dem Sitterrand, zweimal zwei Meter. Unten ist eben sein Immobilienmaklerbüro. Er wird also in diesen Vorraum zurückgedrängt von dem Angreifer offensichtlich. Der, so sagt es zumindest das Urteil, verschließt offensichtlich noch die Tür hinter sich, möglicherweise um eben den Lärm zu minimieren. Und feuert dann noch weitere viermal auf Klaus Toll. Also insgesamt kriegt Klaus Toll sechs Kugeln ab, wird sechsmal getroffen. Die eine Kugel geht in die Lunge, die Lunge klappt zusammen. Ich glaube, die tödliche Kugel schlägt in das verlängerte Rückenmark ein. Das Atemzentrum sitzt da. Und er verstirbt dann sehr schnell auf dem Boden zusammengesackt unten in diesem zweimal zwei Meter Raum im Sitterrand. Im Anschluss geht der Täter sehr zielgenau die Treppe hoch. durch das Erdgeschoss ins erste Stockwerk. Dort schläft Petra Toll, das ist die Frau von Klaus Toll. Und die, so zeigen es zumindest, die Spurenbilder am Tatort. Man hat sie schlafend sozusagen wahrscheinlich überrascht, denn sie liegt wirklich ganz ruhig zugedeckt. Auch später, als dann die Täter weg sind, auf den Fotos am Tatort, liegt sie ganz ruhig in ihrem Bett noch zugedeckt. Der Täter feuert aus kürzester Distanz zwei Kugeln ab. Eine geht in die Schläfe, eine schlägt, glaube ich, in den Arm ein, kommt dann wieder raus und trifft sie unterm Ohr und geht dann sozusagen auch im Kopf. Und sie verstirbt möglicherweise wirklich, so sagt zumindest auch das Urteil, wirklich im Schlaf. Im Anschluss geht der Täter erneut raus in den Flur, die Treppe hoch und sehr zielgerichtet in den obersten Stock. Dort ist das Reich von der erwachsenen Tochter. Die Tochter Astrid Toll ist allerdings Autistin, sie ist also behindert. Sie wohnt zu dem Zeitpunkt aber noch bei den Eltern. Und der Täter geht zielgerichtet in das Zimmer, macht offensichtlich die Tür auf. Der erste Schuss, der fällt, der ist aus einer gewissen Distanz, so zeigt zumindest das Spurenbild. Der zweite Schuss ist dann wieder aus nächster Nähe. Sie muss offensichtlich im Bett auch gelegen haben. Sie wird von der ersten Kugel getroffen, ich glaube auch in der Brust. Und die zweite Kugel aus nächster Nähe, die schlägt ihr im Kiefer ein und zerschmettert ihr den Kiefer. Und sie bleibt dann blutüberströmend in diesem Bett liegen. Der Angreifer oder die Angreifer denken offensichtlich, dass sie das nicht überleben wird. Und die verlassen das Haus, ohne irgendwas mitzunehmen. Das ist jetzt kein Raubmord, das zeigt jetzt nichts darauf hin oder deutet darauf hin, dass man da was geklaut hat. Astrid Toll überlebt eben als Einzige diesen Angriff. Man muss nochmal sagen, wie gesagt, in diesem ganzen Szenario, in diesem ganzen Tatgeschehen sind insgesamt zehn Schüsse gefallen. Also wirklich eine Menge. Und Astrid Toll, ja, sie geistert dann wirklich eine gewisse Zeit desorientiert durch das Haus, durch dieses Reihenhaus. Man sieht überall Handabdrücke, Fußabdrücke. Nicht ganz klar ist auch, sie wird später nackt gefunden, ob sie sich ausgezogen hat, aber davon ist wohl auszugehen. Auf jeden Fall geistert sie da eine ganze Zeit rum, bis sie dann irgendwann schafft, aus dem Südterrain-Ausgang in den Vorgarten zu gehen. Und dort bricht sie zusammen und wird dann von Falk Zappert, das ist ein Nachbar, der zwei Häuser, ich glaube zwei oder drei Häuser weiter wohnt. Ich habe mit dem auch gesprochen. Der kommt gerade vom Baseballtraining, glaube ich, seiner Kinder und der geht an dem Garten vorbei und findet eben diese blutüberströmte Tochter im Garten liegen. Und der alarmiert dann die Polizei und denen bietet sich dann ein Blutbad, muss man ganz ehrlich sagen, in diesem Haus. Ich bin gerade auf dem Weg vom Baseballplatz gekommen und dann lag die Astrid, die Tochter, lag hier im vorderen Bereich, halb sitzend, halb liegend, blutverschmiert. Das klingt ja so, als wäre das ein eiskalter Killer gewesen, weil wenn man jemanden erstmal mit diversen Kugeln im Hauseingang erschießt, dann in das nächste Stockwerk geht, dann nochmal nach oben und so, das muss ja also eine geplante Tat gewesen sein, oder? Was meinst du? Ja genau, wir beschäftigen uns ja viel auch mit Mordfällen und so und das sieht jetzt absolut nicht nach einer Tat im Affekt aus. Und was man eben auch sagen muss, da hast du vollkommen recht, das sieht nicht so aus, als ob das ein Amateur gemacht hätte. Denn man stellt sich Morde immer so vor wie im Tatort, da kommt irgendwie ein abgeklärter Killer, der steht mit der Knarre irgendwie hinter der Tür, dann schießt der zweimal, gibt dem nochmal sechs Schüsse, dann geht der da hoch und so. Aber die Wahrheit ist natürlich eine total andere. Auch so eine Mordsituation oder eine Situation, wenn ein Mensch auf einen Menschen schießt, ist auch für den abgeklärtesten Killer trotzdem natürlich eine psychische, stark belastende Situation. Und wenn man sich überlegt, dass im Hauseingang zwei Schüsse fallen, dann sechs Schüsse fallen und gleichzeitig schleift nur fünf bis sechs Meter höher eine Person und darüber noch eine, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn du die ersten Schüsse abgibst, dass der Toll möglicherweise geschrien hat, dass wenn dir nicht sofort die erste Kugel tödlich ist, dann musst du ja damit rechnen, dass jemand Gegenwehr leistet. Also in ein Haus zu gehen, einen Mord zu verüben, wo noch Leute schlafen und Leute drin sind, ist eine extrem belastende Situation. Man muss sich ja nur mal vorstellen, Astrid Toll oder Petra Toll wird wach von den Schüssen, die hat eine Glasflasche neben dem Bett stehen, versteckt sich hinter der Tür und zieht dir einen über die Rübe. Also das ist ein dynamisches Tatgeschehen und das kannst du nicht einschätzen. Und das von jemandem wie Andreas Daso zu erwarten ist, der keinen Waffenschein hat, der noch nie polizeilich in eine Scheinung getreten ist, das halte ich schon für eine sehr gewagte These. Auch wenn, das können wir auch durchaus mal auf Contra schreiben, Andreas Daso durchaus Erfahrung mit Waffen hat. Er war nämlich mal bei der Bundeswehr. Das heißt also, Andreas Daso kann durchaus schießen, wenn auch die Tatwaffe, die da benutzt wurde, schon auch irgendwie eine spezielle ist und keine, die man jetzt unbedingt bei der Bundeswehr benutzt. Aber das ist auf jeden Fall, was durchaus gegen ihn sprechen könnte, wo man sagt, hey, der hat schon mal geschossen. Trotzdem ist er ein Amateur und die Tat sehr professionell. Okay, das schreibe ich mal auf und vielleicht erzählst du mir in der Zwischenzeit, was Andreas Daso dazu sagt in eurem Interview. Ich hatte eine Grundausbildung gehabt, ja. Ich hatte bei der Bundeswehr eine ganz normale Ausbildung gehabt. Wir sind auch an Waffen ausgebildet worden, richtig. Ich habe Andreas Daso natürlich auch zu diesem ganzen Szenario befragt, denn was man natürlich sagen muss in dem ganzen Zusammenhang, ist, dass diese zielgerichteten Bewegungen durch dieses ganze Haus natürlich schon für jemanden spricht, der irgendwie das Haus kennt, der weiß, wer wo schläft. Also, wenn man jetzt sagt, hey, da kommt irgendwie, ich sage mal, Klaus Toll ist ein Immobiliemakler, der hat mit irgendwem Stress. Warum wird dann nicht nur Klaus Toll erschossen? Warum wird dann die ganze Familie erschossen? Warum weiß der Täter so genau, wo er sich aufzuhalten hat in diesem Haus? Und das muss man schon sagen, das spricht natürlich auch schon für Daso als Täter, weil das Haus der Toll ist eigentlich nur spiegelverkehrt, das Haus der Daso. Wollen wir uns das mal angucken? Wir haben ja hier so einen Lageplan, wir haben das, ein Flurstückplan, alles aus den Akten, das hast du uns mitgebracht. Genau, genau. Das sind Fotos, natürlich Luftbildaufnahmen und hier sieht man, wie die Häuser von Daso und von Toll, von der Familie Toll gelegen sind. Also, um das mal zu erklären, das ist eine Reihenhaussiedlung, insgesamt sind da vier Häuser, zwei Reihenendhäuser und zwei Mittelhäuser. Und wenn man sozusagen davor steht, ich beschreibe das jetzt mal, dann ist das Reihenendhaus zur linken Hand das Haus der Tolls und direkt daneben, Wand an Wand, sind eben die Dasos in diesem Reihenmittelhaus. Und das Haus der Tolls ist eben innen, innen, innen sozusagen spiegelverkehrt zu dem Haus der Dasos gebaut. Die wurden quasi Wand an Wand, das ist sozusagen diese Geschichte auch mit der Lärmbelästigung, da kommen wir vielleicht später nochmal zu im Detail, aber das könnte zum Beispiel das Motiv gewesen sein, ah, die waren zu laut nebenan und weil die direkt nebenan Wand an Wand wohnten. Genau, genau. Und eben, dass man sagt, hey, der Daso, der wusste, wo die Leute geschlafen haben. Aber das muss man natürlich auch ganz klar sagen, das sind alles Theorien, denn ich kann ja jetzt schon mal ganz kurz andeuten, und das hast du ja gerade auch schon gemacht, dass das ein Indizienprozess ist, also es gibt sehr wenig Beweise, so gut wie gar keine Beweise. Und diese ganzen Indizien mit der Lärmbelästigung, dass er eben auch weiß, wo was war, das sind alles Sachen, wenn man dann zum Beispiel mit Nachbarn spricht, die sagen zum Beispiel, die Lärmbelästigung, die war gar nicht so groß. Auch die Art und Weise, wie da die Schüsse gefallen sind, mit welcher Waffe, es sollen Schalldämpfern, selbstgebauter Schalldämpfer benutzt worden sein. Das ist eine Theorie, die aus verschiedenen Gründen auch ganz gut passt, aber das ist kein Beweis. Man hat die Tatwaffe nie gefunden, man hat diesen Schalldämpfer nie gefunden und wir haben mit ballistischen Experten gesprochen, die sagen zum Beispiel, dieser Tathergang, wie er dem Urteil zugrunde liegt, wir glauben nicht, dass das so abgelaufen ist. Nun hat Herr Dasow ja auch eine Frau und eine Familie. Wo waren die denn und was sagt Frau Dasow dazu? Ja, Frau Dasow ist natürlich, muss man ganz klar sagen, in dem Fall auch ein großes Opfer. Ob er es jetzt war oder nicht, sei mal dahingestellt, aber sie ist natürlich ein großes Opfer, denn die Dasows haben drei Kinder, als Andreas Dasow ins Gefängnis geht. Da ist, glaube ich, das jüngste Kind gerade mal ein paar Wochen alt und die Frau da so steht von heute auf morgen sozusagen mit den Kindern komplett alleine da, ist alleinerziehend, alleinverdient und das ist natürlich eine extreme Belastung. Das schmerzt einfach, wenn man darüber spricht, dann merke ich doch selber, wie das so in mir hochkommt und ich einfach emotional bin. Und mir tut es irgendwo auch für ihn so leid, dass er überhaupt keine Chance bekommt, irgendwo ein normales Leben zu führen mit seinen Kindern oder mit seiner Familie. Und ja, das bewegt mich schon immer noch in jeder Lebenslage, ganz klar. Warum glaubt denn Frau Dasow, dass ihr Mann unschuldig ist? Wo war sie denn in der Tatnacht? Ja, Frau Dasow, das ist etwas, was wir auf jeden Fall auf die Kontraliste schreiben müssen, denn Andreas Dasow hat in der Tatnacht kein Alibi. Die Familie ist zu der Schwiegermutter von Andreas Dasow, also zu der Mutter, glaube ich, von Anja Dasow sind die gefahren und Andreas Dasow war alleine zu Hause. In der Tatnacht habe ich meine Familie besucht, meine Oma. Meine Familie ist oben in Mecklenburg. Meine Eltern wohnen mit hier, weil wir haben einfach zum Geburtstag meine Oma sie besucht. Es waren Ferien, Kinder waren dabei. Somit waren wir gar nicht hier gewesen. Mein Mann hat natürlich auch überhaupt kein Alibi, weil er hier seiner Arbeit nachgegangen ist und es fängt so ein bisschen die Saison an in der Baufirma, da hätte er gar keinen Urlaub nehmen können und ist deswegen natürlich damals auch nicht mitgefahren. Okay, das schreibe ich mal dran. Er hat kein Alibi. Und das ist schon ein interessanter Punkt, wenn man sich das anschaut, denn es gibt da, ja, ich will nicht sagen widersprüchliche Aussagen, aber es ist so, dass in dem Urteil es so dargestellt wird, als ob Andreas Dasow das lange geplant hat, diesen Nachbarn zu erschießen und dann die Gunst der Stunde nutzt. Ich glaube, wir müssen gleich nochmal über das Lärmbelästigung, über das Motiv nochmal ein bisschen genauer reden, aber wenn wir jetzt hier schon mal sind, wird es im Urteil so dargestellt, dass er eben dann den Gunst der Stunde, dass seine Familie jetzt weg ist, nutzt, um dann rüber zu gehen und diese Tat zu machen. Also es ist da so beschrieben, so jetzt, wo sie dann weg sind, das Urteil ist eh, das Urteil liest sich wie ein Krimi. Das hat er lang geplant, so ungefähr? Ja, ja, und es ist auch wirklich so, in dem Urteil wird er halt, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, es liest sich 300 Seiten stark wie ein Roman und er ist dieser kaltblütige Killer, der jetzt die Chance nutzt, ich gehe jetzt rüber und jetzt ist es, jetzt sind die dran, jetzt mache ich die platt. So wird er da beschrieben. Die Wahrheit ist aber, dass Andreas Dasow, das hat er mir in einem Interview auch beschrieben, er gar nicht gesagt hat, dass er unbedingt zu Hause bleiben will, sondern sein Arbeitgeber, er arbeitet bei der Firma Aumann, das ist eine Baufirma, er ist da glaube ich Einkäufer gewesen. Die wird später auch nochmal eine Rolle spielen, bitte merken diesen Namen. Genau, die Firma Aumann und sein Arbeitgeber hat gesagt, wir haben so viel zu tun, du kannst an dem Wochenende, wo du, oder ich weiß gar nicht, ob es am Wochenende war, aber du kannst zu der Zeit, wo du eigentlich mit deiner Familie wegfahren wolltest, gar nicht wegfahren, sondern du musst hierbleiben. Und in dem Urteil wird so dargestellt, als ob er jetzt die Gunst der Stunde nutzt. Das sind aber natürlich zwei verschiedene Dinge. Ich habe ihn halt darauf gefragt und ich glaube, man merkt das auch schon in der Art und Weise, wie er spricht, also er bricht hinten den Satz dann sogar ab, weil ich dann frage ihn, wie wäre es gewesen, wenn Sie mitgefahren wären, dann wäre das ja alles nicht passiert. Dann bricht er im Satz irgendwie ab, weil ihm das natürlich auch klar ist. Und im Urteil wird so dargestellt, als ob er das geplant hätte. In seiner Version ist es so, naja, mein Chef hat mich halt nicht gehen lassen. Sagt der Chef dazu? Ja, das ist genau das Ding. Also das zieht sich durch das ganze Verfahren, dass man oft das Gefühl hat, dass auch die Ermittler relativ früh sich festgelegt haben, Andreas, da so ist es. Und sie dann sehr nach den Indizien suchen, die dafür sprechen. Und die Indizien, die dagegen sprechen, nicht so richtig schwer wiegen. Das ist zum Beispiel so ein Fall, ich habe mir dann auch die Aussage des Chefs durchgelesen. Weil wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich bin ein Ermittler und Andreas da so sagt denen, ich musste in der Nacht aber ja da bleiben, weil mein Chef das gesagt hat. Dann würde ich ja zumindest mal zum Chef gehen und fragen, hören Sie mal, wie war das? Das wäre das Erste, was man machen würde, man muss das überprüfen, so eine Aussage. Ja, und man muss da ja auch relativ explizit drauf zusteuern auf diese Frage und nicht einfach nur fragen, naja, also war denn der da so, hatte der viel zu tun oder nicht. Und das kommt mir so ein bisschen, wenn man diese Ermittlungsakten liest, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass da die Beamten schlecht ermittelt haben oder so, aber es kommt an vielen Stellen in der ganzen Ermittlungsarbeit so, dass du irgendwie, dass diese letzte, das letzte Quäntchen fehlt, wo man sagt, naja, es hätte auch anders laufen können. Und der Chef wird dann befragt und er sagt es ja auch, aber im Urteil heißt es dann so, er nutzt die Gunst der Stunde. Und das heißt nicht, der Arbeitgeber hat gesagt, da so muss zu Hause bleiben. Und ich finde, das ist schon, auch wenn es vielleicht ein bisschen zwischen den Zeilen lesen ist, aber in Deutschland gilt nun mal in dubio pro reo, finde ich schon, das sind zwei unterschiedliche Dinge, ob ich das jetzt über Jahre geplant habe und dann nur darauf warte, dass jetzt einmal ich alleine zu Hause bin oder eben der Andreas da, so wie er es selber beschreibt, naja, ich musste halt zu Hause bleiben und war dann leider zum falschen Zeitpunkt da. Aber das ist auch etwas, was sich durch diesen ganzen, durch dieses ganze, ja, durch den ganzen Fall zieht. Da sind ein paar Zufälle drin, die kaum zu glauben scheinen. Und wir sagen immer, ich glaube, Ermittler und Journalisten sagen immer, Zufälle gibt es nicht. Und das ist natürlich etwas, was auch in der Nachbetrachtung immer noch in mir schlummert, dass man denkt, das sind schon, das zum Beispiel jetzt, das genau in der Nacht ist, das ist schon ein großer Zufall. War ja es nicht vielleicht doch. Jetzt haben wir viel über Familie da so erfahren. Kannst du uns ein bisschen was erzählen über die Opferfamilie, die Tolls? Auf jeden Fall. Ich glaube, da würde ich dann auch nochmal zum Motiv kommen. Also die Tolls leben erstmal sehr zurückgezogen in den letzten Jahren. Klaus Toll ist Immobilienmakler, er hat sein eigenes Immobilienmaklerbüro unten im Sütterrain der Wohnung. Und Klaus Toll, der führt zumindest, was man in den Zeugenaussagen oder den Zeugenaussagen oder Leute, die ihn kennen, entnehmen kann, führt der so eine Art Doppelleben, sage ich mal. Oder nicht Doppelleben, Phasenleben. Vielleicht ist Phasenleben das bessere Wort. Also es gibt den einen Klaus Toll, die eine Phase, wo er als Mann von Welt da ist, der stark nach Parfüm riecht, hat mein Nachbar gesagt, mit dem Anzug der große Immobilienmakler, der sich schützend vor seine Familie stellt, der das Geld verdient. Ja, der zum Beispiel erzählt, dass seinen Geschwistern erzählt, dass das Haus ihm gehören würde, obwohl die da zur Miete wohnen. Also so ein Typ. Hier mein Haus, meine Familie. Mehr schein als sein, sagt man dazu. Genau. Dann hat er gleichzeitig aber auch Phasen, wo er wirklich ein Quartalssäufer ist. Also wo er ein richtig starkes Alkoholproblem hat. Nachbar haben uns erzählt, dass der dann wirklich wochenweise nur Trainingsanzug trägt, unrasiert ist, sehr fahrig. Er soll teilweise im Vorgarten oder hinten im Garten auch mal dann besoffen umgefallen sein oder liegen geblieben sein. Es wurde von Urin und Erbrochenes auf dem Trainingsanzug erzählt. Also da gibt es offensichtlich Phasen, wo er große Alkoholprobleme hat. Und das führt dann offensichtlich dazu, dass auch das Familienleben und auch die Umstände offensichtlich nicht sonderlich harmonisch ist. Ich bin schon hellhörig geworden, als du vorhin erzählt hast, dass er immer ganz früh morgens aufsteht und den Müll rausbringt. Das ist doch auch seltsam. Das ist seltsam, ja. Also vielleicht liegt es auch daran, die Tochter, um das nochmal kurz weiter zu beschreiben, das Familienleben. Die Tochter ist Autistin, die ist, glaube ich, schon fast erwachsen, wohnt aber immer noch bei den Eltern. Und die Frau Toll, Petra Toll, scheint an Depressionen zu leiden. Die verlässt in den letzten Jahren so gut wie gar nicht mehr das Haus. Also die ist völlig Nachbarn, sehen sie nicht mehr. Und gleichzeitig scheint es da solche Spannung zu geben, dass Zeugen berichten, dass Klaus Toll, Petra Toll schlägt, dass da häusliche Gewalt ist, dass da Hilferufe kommen. Und dass eine hohe Lärmbelästigung und dann eben auch bis in die Nacht offensichtlich sind. Da kommen wir wieder zu dem Motiv. Genau, zu dem Motiv, weil die Staatsanwaltschaft, die sagt eben, diese Lärmbelästigung sei so groß gewesen, dass irgendwann Andreas da so durchdreht. Es ging um Lärmbelästigung, um Nachbarschaftsstreitigkeiten. Wenn man die Szenerie dann aber genauer beleuchtet hat, dann hat man festgestellt, dass das schon sehr massiv war. Also die Lärmbelästigung, die von der Familie des Getöteten ausging, waren schon massiv. Also von Treppen gepolter über lautes Türenschlagen, Schreien, lautes Streiten, Beleidigungen. Also wenn wir hier mal so ein Foto uns angucken von so diesem bisschen näher. Die Häuser sind ja schon, also ich weiß nicht, wie dick sind denn die Wände? Was hört man denn da so? Ja, also es sind widersprüchliche Aussagen so ein bisschen. Ich war bei Familie da so im Haus. Ich habe aber da natürlich jetzt keine Schalltests machen können. Es ist wohl schon so, dass dieses laute Schreien, das Türenschlagen, natürlich wenn der nachts um drei irgendwie aufsteht und Hausarbeit macht, dass auch in der Nacht offensichtlich da Lärm von denen ausgeht. Im Urteil heißt es zum Beispiel auch, dass die autistische Tochter tierartige Laute von sich geben würde. Das scheint schon so zu sein, dass die laut sind. Das kann man nicht absprechen. Und kann man sagen, dass die Familien Auseinandersetzungen hatten deswegen? Gab es deswegen tatsächlich, kam die Polizei mal zum Beispiel? Es gab einen Vorfall, dass die Dasos mal kurz nachdem sie eingezogen sind, die Polizei gerufen hatten. Und das ging aber da um häusliche Gewalt. Ich habe Anja Daso dazu gefragt und sie sagte eben, dass es da offensichtlich, ja, dass Frau Toll offensichtlich geschlagen wurde. Oder sie hat es nicht so deutlich gesagt, sie hat aber angedeutet, dass es um häusliche Gewalt ging. Und sie deshalb Hilfe gerufen haben und die Polizei gerufen haben. Es gab Geräusche natürlich. Wir haben am Anfang im 2000, 2001, wo wir damals hier eingezogen sind, damals die Polizei geholt, weil uns was komisch vorkam. Weil wir gedacht haben, intern, die streiten. Nicht, dass irgendwas ist. Da waren wir unsicher. Und das wird uns natürlich auch zur Last gelegt. Wir haben uns beschwert. Wir haben das nicht mehr ausgehalten. Das hat sich über Jahre aufgestaut. Das gab es einfach nicht. Was man auch sagen muss, zu Beginn war das Verhältnis zwischen Tolls und Dasos noch gut. Und irgendwann ist das gekippt. Herr Toll soll auch mal ein Hausverbot Andreas Daso gegenüber ausgesprochen haben. Ich habe die Dasos dazu gefragt. Und eben ging es dann offensichtlich darum, so schildern zumindest die Dasos, dass eben Toll zum Beispiel besoffen mal irgendwie im Vorgarten gefallen ist. Und die dann daneben den Garten hatten mit ihren Kindern. Und dass es da dann schon zu Spannung gekommen ist. Das Ganze ist aber wirklich, ich glaube, fast zehn Jahre her gewesen, dass die Dasos mal die Polizei gerufen. Also zehn Jahre vor dem Mord. Genau, zehn Jahre vor dem Mord, dass die mal die Polizei gerufen haben. Und dann soll es eine Funkstille gegeben haben. Also dann hat man einfach sich gegenseitig ignoriert. Was allerdings wiederum das Urteil sagt, ist, dass Andreas Daso, weil der Lärm so groß ist, mit Ohrenstöpseln schläft. Und das stimmt. Andreas Daso hat immer Ohrenstöpsel drin. Wie hat die Staatsanwaltschaft das interpretiert? Ja, die haben natürlich bei der Hausdurchsuchung Ohrenstöpsel gefunden. Haben dann gesagt, okay, guck mal, der Lärm muss so laut sein, dass er sogar nachts mit Ohrenstöpseln schläft. Immer noch. Selbst wenn zehn Jahre dieser Streit her ist, muss es immer noch so laut sein. Andreas Daso begründet das anders. Nämlich gegenüber von dem Haus gibt es einen alten Stützpunkt, alten Militärstützpunkt. Und der Eingang und der Ausgang ist nicht weit davon entfernt. Ich glaube, da war immer eine Schranke. So eine alte Kaserne, oder was ist das denn? Genau, eine alte Kaserne. Und da sind nachts immer LKWs reingefahren. Und da muss es sehr gepiept haben. Und aus der Zeit, diese Kaserne, die ist nicht mehr aktiv, aber Daso und auch seine Frau bezeugt das, hat da angefangen, mit Ohrenstöpseln zu schlafen. Und es sei eben eine Gewohnheit, die er, glaube ich, zumindest wurde es mir so erzählt, aus anderen Quellen, die er auch noch im Gefängnis zum Beispiel momentan macht. Aber das Urteil rekonstruiert das Ganze so, sie finden diese Ohrenstöpsel und sagen, naja, guck mal, der hat mit Ohrenstöpseln geschlafen, weil es so laut war. Und dann ist der halt irgendwann durchgedreht. Aber wie ist die Polizei überhaupt auf Andreas Daso als Täter gekommen? Also die müssen ja, im Zweifel war es immer der Gärtner, der Gärtner ist, ne? Der Gärtner oder der Nachbar, ja. Es gibt ein paar Punkte, die sehr dafür sprechen. Vor allen Dingen, um das nochmal klar zu sagen, Andreas Daso war nicht sofort im Fokus der Ermittlungen als sozusagen Hauptverdächtiger. Wenn wir uns das hier mal, ich glaube, am bestenfalls gucken wir uns vielleicht wirklich dann die Fotos hier nochmal an und diese Haussiedlung. Was halt, die Polizei hat am Tatort so gut wie nichts gefunden. Es gibt keine Tatwaffe, es gibt ein paar DNA-Spuren, die führen aber zu keinem Ergebnis. Und sie haben sich dann angeschaut, wie war dieser Tatablauf und was war da drumherum eigentlich los in der Tatnacht. Und haben dann festgestellt, eigentlich muss das jemand gewesen sein, der sich sehr gut in dieser Siedlung, der sich sehr gut im Haus auskennt, der aber auch genau weiß, was wann geschieht in der Nacht. Und da spricht schon sehr dafür, dass es einer der Nachbarn war. Ich erkläre das mal so ein bisschen, welche Punkte total dafür sprechen. Also zum einen, natürlich Motiv ist immer das A und O, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Er hätte theoretisch ein Motiv gehabt durch die Lärmbelästigung. Was aber noch viel wichtiger ist, ist die Lage der Häuser. Die wohnen Wand an Wand. Das heißt, haben wir gerade auch schon mal kurz gesagt, die Wohnung an sich ist spiegelverkehrt zu der von Daso. Das heißt, Daso hat sich darin ausgekannt. Der wusste, wer wo schläft. Das weiß sonst ja keiner. Also wenn jemand Stress mit Herrn Toll gehabt hat, woher soll der wissen, wo die Tochter schläft oder wo die Frau schläft? Das spricht schon sehr dafür. Die haben auch sehr zurückgezogen gelebt. Absolut zurückgezogen. Petra Toll hat, die Frau von Klaus Toll, hat zu Schluss gar nicht mehr das Haus verlassen. Wurde nur noch hinter zugezogenen Jalousien gesehen. Soll an Depressionen gelitten haben. Die Tochter war, glaube ich, noch in einer Behindertenwerkstatt. Und Klaus Toll war viel im Nachtleben in Babenhausen unterwegs. Soll dort auch in den Bordellen unterwegs gewesen sein. Das kommt aber in einer anderen Episode. Diese Spur werden wir später nachverfolgen. Was aber sehr spannend ist an dem Fall an sich und an der Lage der Häuser und am Tatzeitpunkt. Der Tatzeitpunkt ist nämlich so gewählt, dass Andreas Daso alleine in dem Haus ist. Also das Rhein-Mittelhaus direkt neben dem Rhein-Hendt-Haus ist frei. Und dazu ist noch das Haus auf der anderen Seite ebenfalls zu der Nacht nicht bewohnt. Da sind die Nachbarn ebenfalls weg. Also man kann sich das so vorstellen, dass das Rhein-Endt-Haus kommt. Dann kommt dieser Sütterer-Eingang, ein kleiner Garten. Dann kommen zwei Garagen mit einer Einfahrt. Und dann kommt erst das nächste Haus. Und dieses Haus war in der Nacht auch leer. Das heißt also, so der Ermittler, der Täter muss ja gewusst haben, dass dieses Haus auch leer ist. Das war ja, wer soll das wissen? Das kann ja jemand, der kurz vorbeifährt, der kriegt das nicht mit. Dazu kommt noch, dass Andreas Daso, wenn er es denn war, wenn er aus seiner Haustür rausgeht, wirklich nur noch am Haus der Tolls vorbeigehen muss. Hinter dem Haus der Tolls ist eine Brachfläche. Das heißt, er hätte sozusagen an keinem anderen Haus vorbeigehen müssen, um zu diesem Sütterer-Eingang zu kommen. Spricht auch wieder für ihn. Wobei man sich natürlich fragen muss, hätte jetzt um vier Uhr morgens ihn überhaupt einer gesehen, wenn er woanders herkommt. Aber entscheidender noch ist, dass die Haupttür, die Eingangstür des Hauses der Tolls von den Tolls nicht benutzt wird. Als die Ermittler reinkamen, da stand eine Vase vor. Die haben so gut wie nur noch, weil ja eben nur noch Klaus Toll und die Tochter das Haus verlassen, haben die offensichtlich nur noch diesen Sütterer-Eingang genutzt. Der Hintergrund, warum die das gemacht haben, ist, dass auf der Seite sozusagen, wo die Haustür ist, eben eine Brachland ist. Da ist keine Straße. Wenn du aber durch den Garten gehst und durch den Sütterer, kommst du relativ schnell zu der Straße, wo sie wahrscheinlich ihre Autos geparkt haben. Deshalb haben die das genommen. Aber das musst du natürlich wissen. Und du musst dazu wissen, dass der jeden Morgen um drei, zwischen drei und vier seinen Müll rausbringt. Also du musst wissen, wo ist er rausgegangen. Du musst wissen, zu welcher Zeit geht er raus. Und was noch hinzukommt, ist, dass es einen Bewegungsmelder gab für ein Licht über dem Eingang dieses Sütterers. Und dieser Bewegungsmelder war manipuliert, der war abgeklebt. Das muss man ja tagsüber machen. Das muss man tags oder in der Nacht. Aber du musst zumindest wissen, dass da überhaupt ein Bewegungsmelder ist, der dann angeht. Dass es zum Beispiel jetzt kein Lichtschalter ist, den der Toll nachts einfach selber anmacht. Dazu musst du das nachts mal beobachtet haben. Du musst das sehr gut auskundschaftet haben. Und dann eben dieser Tatzeitpunkt, dass niemand da ist. Das sind alle Sachen, die natürlich allein von der Lage her erstmal dafür sprechen, dass es irgendwer ist aus dem direkten Umfeld. Dadurch, dass die Tolls sehr zurückgezogen gelebt haben, gibt es da eigentlich keinen von dem an. Der hat noch nicht mal wirklich einen Kontakt zu seinen eigenen Geschwistern gehabt, der Herr Toll. Und dann hat man sich relativ früh darauf festgelegt, es müsste eigentlich irgendeiner aus der Nachbarschaft sein. Und hat angefangen, Geruchsproben zu nehmen und Spürhunde reinzulassen. Bevor wir damit weitermachen, das ist ja was, was wir auf jeden Fall nochmal auf die Kontra-Seite, also das spricht ja gegen Herrn Daso. Das spricht absolut gegen Herrn Daso. Wie wollen wir das zusammenfassen? Es ist ja sowas wie, die Polizei nennt das, glaube ich, Täterwissen. Täterwissen, ja. Das schreibe ich jetzt mal ran. Ja, es ist schon, das ist auch, sind natürlich, in so einem Indizienprozess ist es ja so, dass du versuchst, Indizienketten zu machen. Und das merkt man jetzt schon, wenn man unsere Indizien jetzt hier Kontra anschaut, dann ist es natürlich das Motiv, was natürlich essentiell ist, die Möglichkeit, die Planbarkeit. Und ja, das ist mit dem Täterwissen, das spricht schon sehr für ihn. Er hat kein Alibi, er hat das Motiv. Das sieht, wenn man das sich so anschaut, das sieht schon übel für ihn aus. Und da geht man natürlich schnell davon aus, dass man ihn hat. Aber sie haben natürlich jetzt nicht sofort gesagt, ach, das ist Andreas Daso. Sondern sie haben erst mal angefangen, Hunde reinzulassen, Geruchsproben von allen Nachbarn zu nehmen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie von Tag 1 gesagt haben. Erzähl mal bitte, was für Hunde sind das? Was können die? Ja, das sind Spürhunde, Mantrailinghunde nennt man die, die sind darauf spezialisiert, eben Gerüche wahrzunehmen an Orten, wo jemand mal war. Also ein ganz klassischer Spürhund. Die Polizei macht von ihren Ermittlungen ja Videoaufnahmen und mir ist gelungen, diese Videos mal einzusehen. Und ich konnte dann eben sehen, wie dokumentiert wurde, wie dieser Spürhund dort an Tarte unterwegs ist. Und das ist so, dass die Geruchsproben, also Stoffproben von den Nachbarn genommen haben. Die sind dann in so einem kleinen Gläschen verschraubt gewesen. Und dann geht man an den Tatort, macht eben da, das zeigt das Video, macht eben dann das Gläschen auf, der schnuppert. Und dann wird er wirklich durch den ganzen Tatort geführt. Und sie schauen, ob der Hund eben ausschlägt und eben den Geruch desjenigen am Tatort findet. Weil wenn Andreas Daso da gewesen ist, dann müsste der ja eigentlich den Geruch finden. Aber wie gesagt, das machen sie nicht nur mit Daso, sondern das machen sie mit allen Nachbarn. Weil Daso zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz im Fokus steht. Man aber davon ausgeht, dass in der Nachbarschaft der Täter zu suchen ist. Und dieses Video ist ziemlich eindeutig. Also es hat schon fast eine, ja, wenn man das Urteil kennt und weiß, dass man den verknackt hat, dann hat es schon fast einen Slapstick-Moment. Weil dieser Hundeführer dann mit diesem Hund durchgeht und am Schluss sagt er eben, es ist klar, so der Geruch ist nicht am Tatort. Also da so war, zumindest was der Spürhund erschnüffeln konnte, nicht am Tatort. So, negativ. Er zeigt negativ, diese Geruch war nicht hier. Gab es denn überhaupt eine Spur, die der Hund aufgenommen hat? Man hat, weil man nicht so richtig weiterkam. Es wurde ja relativ schnell eine Soko gegründet. Da hat man nicht nur einen Spürhund am Tatort riechen lassen, sondern eine ganze Handvoll. Ich glaube, fünf oder sechs Spürhunde wurden da durchgeschickt. Und da war es schon so, dass einige Hunde eine Fährte aufgenommen haben. Die haben allerdings nicht, wenn man sich das jetzt bildlich vorstellt, auf diesen Videos sieht man dann, die werden dann unten schnüffeln, unten rum, wo toll erschossen wurde. Und dann zieht der Hund raus aus dem Sütterer-Eingang, raus aus dem Garten und nicht etwa, wie man ja vermuten könnte, zu Daso rüber. Also ich meine, Andreas Daso wohnt ja nur nebenan. Das müsste ja eigentlich für einen Hund dann ein leichtes sein. Nein, er zieht den weg. Also zum Beispiel ein Hund zieht den Hundeführer entlang eines kleinen Feldweges an hier hinten, an der Kaserne entlang. An der Kaserne. Genau. Und dann endet dieser Feldweg an so Garagen und in der Sackgasse. Ja gut, vielleicht hat Andreas Daso ja da die Mordwaffe. Was war die Mordwaffe eigentlich? Das war eine... Das war eine, das war die sogenannte Rocker- und Nazi-Waffe, eine Walter P-38. Das ist diese, ja, wenn man sich alte Nazi-Filme anguckt, dann haben diese SS-Soldaten immer so eine Waffe, die wie so eine Sieben aussieht. Und mit so einer Waffe wurde geschossen. Sie gilt, wie gesagt, gemeinhin als Nazi- oder Rockerwaffe, weil in diesem Milieu wird sie nach wie vor sehr gerne benutzt. Das wird später auch nochmal interessant, wenn es um diese Schalldämpfer-Theorie geht. Es kann ja sein, dass Andreas Daso, wenn er der Täter gewesen ist, sozusagen nicht einfach nach Hause gegangen ist, sondern irgendwo die Tatwaffe entsorgt hat. Das kann theoretisch sein. Aber natürlich, wenn man sich überlegt, dass Andreas Daso als Geruch am Tatort gewesen ist, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass der Hund der Spur des Andreas Dasos zur Tür, die direkt nebenan ist, folgt, eigentlich deutlich wahrscheinlicher, als dass er in irgendeine Sackgasse läuft, dort stehen bleibt. Es ist zu vermuten, aber es kann natürlich sein, ich will das gar nicht sagen, aber es ist zu vermuten, wenn man dieser Spurhundspur folgen würde, dass ein Täter da ein Auto zum Beispiel geparkt hat, dann eingestiegen ist und weggefahren ist. Es bleibt aber nicht dabei. Ein anderer Hund lief in eine ganz andere Richtung, ist an einer anderen Straße stehen geblieben, ungefähr da, wo die Einfahrt zu dieser Bundeswehrkaserne ist. Ein weiterer Hund ist sogar zu der Firma Aumann gelaufen. Das steht natürlich später im Urteil, zwar jetzt nicht, dass es belastend ist. Die Firma, bei der Andreas Daso arbeitet. Genau, ein Hund ist zur Firma von Andreas Daso, da wo Andreas Daso arbeitet, gelaufen. Könnte man jetzt auch sagen, gut, ist der möglicherweise nach dem Mord sofort zur Firma gelaufen. Macht aber auch keinen Sinn, wenn der da ballert, zehn Schüsse, drei Tote, der wird ja irgendwie blutverschmiert gewesen sein, der Täter. Also, was man zusammenfassend zu diesen Spürhundabsuchen sagen kann, ist, dass es auf der einen Seite verschiedene Ergebnisse gibt. Hunde in verschiedene Richtungen laufen, wo man sagen könnte, okay, vielleicht war es doch ein anderer, der dann da weggefahren ist. Auf der anderen Seite gehen aber diese ganzen Ergebnisse auch ganz schön auseinander, dass du nicht so richtig daraus einen Schluss ziehen kannst. Was man allerdings festhalten kann, ist, dass Andreas Dasos Geruch nicht am Tatort war. Das wäre ja was, was wir auf die Pro-Seite mal eintragen können. Genau, weil man muss sich ja nur mal vorstellen, wie wäre es anders gewesen, wenn Andreas Daso am Tatort erschnüffelt worden wäre, sozusagen. Dann hätte man sofort gesagt, ja, guck mal, der war am Tatort. Auch wenn das dann vielleicht am Schluss, weil das muss man auch dazu sagen, so Spürhunde, das sind jetzt keine, die werden nicht als richtige Beweise vor Gericht gewertet. Weil die haben was für eine Fehlerquote? Ja, ich weiß gar nicht, wie groß die Fehlerquote ist. Ich meine, die sind zu 90 Prozent, dass ich das mal gelesen habe, zu 90 Prozent sicher. Aber diese 10 Prozent bleiben eben immer noch. Absolut. Wir haben natürlich auch den Staatsanwalt dazu befragt, weil wir natürlich gesagt haben, hey, guck mal, der Hund riecht Andreas Daso nicht am Tatort. Aber das muss doch eigentlich ein Dienst dafür sein, dass er nicht am Tatort war. Robert Hartmann, der Staatsanwaltschaft, der Staatsanwaltschaft Dagenstadt, der damals zwar nicht der ermittelnde Staatsanwalt war, aber jetzt für die Staatsanwaltschaft spricht. Und die auch nach wie vor ganz klar bei dem ganzen Ablauf und bei dem Urteil bleiben. Der erklärt es eben auch so, dass am Ende des Tages diese 10 Prozent, wenn es die dann sind, unwissenschaftlich sind. Weil man natürlich schon sagen muss, dass es da Überlagerungen gibt. Zum Beispiel Hartmann hat gesagt, dass die Nähe von Andreas Daso zum Tatort eben auch dafür zuführen kann, dass man ihm eben nicht riecht. Weil der Hund dann denkt, okay, der wohnt nebenan. Also es gibt wohl auch, wenn die falsche Temperatur ist, es gibt da diverse Sachen. Wir haben dem jetzt keinen ganz großen Beweiswert beigemessen, weil wir uns einfach nicht sicher waren, was riecht der Hund, was riecht er nicht und was können wir daraus schließen. Deswegen haben wir es nicht als tragend bewertet. Aber natürlich am Ende des Tages, auch dadurch, dass es verschiedene Spuren gefolgt wurde, muss man sagen, das ist jetzt keine klare Spur. Und nichtsdestotrotz, finde ich als Indiz, ist es ganz klar auf der Pro-Seite, der Hund hat ihn nicht am Tatort gerochen. Und das ist schon echt, da fragst du dich dann schon, kann er denn dann wirklich am Tatort gewesen sein? Was haben denn die Ermittler noch am Tatort gefunden, was auf den Täter hinweisen könnte? Ja, wenn man da mal so ganz genau reinschaut, nicht wirklich viel. Also es wurde keine Tatwaffe gefunden. Das Einzige, was von der Tatwaffe zurückgeblieben ist, was man augenscheinlich sofort gesehen hat, sind die Patronenhülsen. Und die Ermittler haben Bauschaum, kleine weiße Partikel. Wir haben hier auch ein Foto davon. Das ist auch aus den Akten. Genau, das ist auch ein Bild aus den Akten. Und das ist, ich kann es ja gleich auch mal vielleicht da noch mit hinhängen oder so, das ist das Bett von Frau Toll. Und man sieht jetzt hier auf dem Foto, das ist eine Nahaufnahme, da sind so ganz viele kleine weiße Punkte drauf, gelblich-weiße Punkte. Und die Ermittler haben das analysiert und haben festgestellt, dass das Bauschaum ist. Und das ist nicht einfach nur Bauschaum, sondern an diesem Bauschaum klebt auch noch Schmauch dran. Also da sind Schmauchspuren dran. Schmauch entsteht eben beim Schießen. Das heißt, wenn du schießt, dann setzen sich Partikel da fest. Und dann sind sie losgegangen und haben gesagt, okay, wie kann ein Bauschaum, der irgendwie mit Schießen zu tun hat, denn an diesen Tatort kommen? Und dann ist ein findiger Ermittler hergegangen und hat herausgefunden, dass es einen selbstgebauten Schalldämpfer gibt, der eben mit Bauschaum versetzt wird. Das ist eine PET-Flasche, eine Cola-Flasche, eine Punica-Flasche, der mit Bauschaum versetzt wird. Und dann kannst du dadurch schießen und das soll den Schall verringern. Ich sage aber auch nochmal jetzt sofort dazu, Bauschaum an Schalldämpfern ist auch keine Seltenheit. Es gibt auch handelsübliche Schalldämpfer, die du mit Bauschaum versetzen kannst, um sie eben noch leiser zu machen. Ich sage das nur deshalb, weil, wie oft in diesem Fall, es durchaus auch andere Theorien gibt. Und ich mache mal nur eine ganz kurz auf. Die Walter P38, die schießt mit Überschallgeschwindigkeit ihre Patronen. Das heißt also, dass die eigentlich zweimal knallt. Einmal, wenn der Schuss fällt und einmal, wenn die Patrone die Schallmauer durchbricht. Das heißt also, für unser Gehör hört sich das an wie einer. Aber die Sinnhaftigkeit dieses Schalldämpfers an sich erstmal, ist schon sehr fragwürdig. Weil es knallt ja offensichtlich doch ganz schön laut. Und Nachbarn haben ja auch die Schüsse gehört. Jetzt könnte man dann sagen, wenn man Bauschaum... Also Nachbarn haben die Schüsse gehört, müssen wir auch nochmal festhalten. Es gab Schüsse, die man hören konnte draußen. Es gab Schüsse, die man auch hören konnte. Herr Daso hat auch was gehört? Herr Daso hat nichts gehört, er hat ja mit Ohrenschöpseln geschlafen, wenn er es nicht war. Ja, er sagt, er hat in der ganzen Nacht nichts, er hat erst morgens mitbekommen, nee, nachmittags glaube ich. Er ist ja dann zur Arbeit gefahren und die Polizei kam ja erst nachmittags, weil so lange hat die Astrid Toll ja gebraucht, um aus diesem Haus rauszukommen. Aber um das nochmal festzuhalten, eben wenn die mit Überschallgeschwindigkeit schießt, kann auch sein, dass ein normaler Schalldämpfer benutzt wurde, der dann mit Bauschaum nochmal versetzt wurde, um zu denen noch leiser zu machen. Aber nichtsdestotrotz, es ist die wichtigste Spur, die der Ermittler am Tatort haben, nämlich Bauschaumpartikel, die versetzt sind mit Schmauchspuren. Irgendeiner von den findigen Ermittlern geht dann mal in die Recherche offensichtlich und der stellt fest, dass es einen Schalldämpfer gibt, den man Marke Do-It-Yourself selber bauen kann. Und der besteht aus einer PET-Flasche, also aus einer handelsüblichen Cola-Flasche oder einer Punica-Flasche, die komplett mit Bauschaum gefüllt wird. Eine handelsübliche Plastikflasche. Genau, eine handelsübliche Plastikflasche, die füllst du mit Bauschaum. Dann machst du bestenfalls noch einen Schusskanal rein und dann kannst du die mit einem gewissen Aufsatz, den man auch online bestellen kann. Das gibt es alles im Internet, so eine Anleitung, wie baut man sich einen Schalldämpfer. Das gibt es alles im Internet, genau. Und du kannst, oder mit einer Rohrschelle oder mit einer Schlauchschelle, kannst du dann theoretisch, so sagt die Anleitung, diesen selbstgebauten Schalldämpfer, diese Plastikflasche vorne auf eine Pistole draufschrauben, befestigen. Und dann soll das funktionieren. Die Ermittler sind dann mal losgegangen und haben geguckt, okay, auf welchen Internetseiten findet man denn sowas und haben festgestellt, es gibt eine Internetseite, Silencer heißt die. Das ist eine Schweizer Internetseite. Und da gibt es eben wirklich ein PDF, das genau beschreibt, wie man eben Schalldämpfer mit Bauschaum und einer PET-Flasche baut. Und dann sind sie weitergegangen und haben gedacht, okay, ja, fragen wir doch einfach mal bei denen an, ob wir deren Zugriffsdaten mal überprüfen können. Und jetzt ist ein absoluter Schlüsselmoment in den Ermittlungen. Sie schauen, wer hat denn darauf zugegriffen und dann gab es, glaube ich, in dem letzten Jahr genau zwei Zugriffe. Und diese zwei Zugriffe stammen aus Babenhausen. Und die stammen nicht nur aus Babenhausen, die sind auch noch acht Wochen vor der Tat und gehören zu einer IP-Adresse von einem Rechner von der Firma Aumann, wo eben Andreas da so arbeitet. Nein. Doch. Und das ist natürlich ein absoluter Schlüsselmoment für die ganzen Ermittlungen, wo sie sagen, okay, jetzt zieht sich die Schlinge zu. Da konnten wir feststellen, dass acht Wochen vor der Tat aus Babenhausen zugegriffen wurde auf diese Seite. Und zwar nicht so, dass man zufällig draufgegangen ist, wurden gezielt Suchbegriffe eingegeben wie Schalldämpfer, Plastikflasche in der Art. Und das hat uns natürlich sehr interessiert, wer greift aus Babenhausen, wenn sonst niemand das interessiert, darauf zu. Und dann haben wir festgestellt, da wurde ein PC verwendet bei einer Firma in Babenhausen, bei dem unser Verurteilter arbeitet. Und zwar nicht irgendein PC herzugegeben, sondern sein PC. Hatte Zugang, auch von seinem PC wurden diese Daten eingegeben. Wir haben schon vorher geglaubt, dass aufgrund dieser Tatortnähe des ganzen Täterwissens jemand gewesen sein muss aus dem direkten Umfeld. Dann gibt es da offensichtlich diesen alten Nachbarschaftsstreit dokumentiert in Polizeiunterlagen, dass die da so mal die Polizei gerufen haben. Und jetzt stellen wir fest, in der Firma, dass ein der Nachbarn, der als möglicher Täter in Frage kommt, wurde eine Schalldämpferanleitung heruntergeladen und auch ausgedruckt, wo eben Schalldämpfer mit Bauschaum irgendwie präpariert wurde. Und wir finden am Tatort auch diese Bauschaumreste. Und da zieht sich dann die Schlinge zu. Von da an fangen sie an, Andreas Dasus Telefon zu überwachen. Sie laden ihn immer wieder für Verhöre vor. Da sind es noch Zeugenbefragungen. Und da merkt man schon, dass sich das sehr auf ihn als Täter fokussiert, weil es natürlich eine brandheiße Spur ist. Also nochmal, ich muss das unbedingt nochmal wissen jetzt. Wie genau kann man ihm dann nachweisen, ob er tatsächlich im Internet recherchiert hat, wie man so ein Schalldämpfer baut? Die Beamten haben sich dann mal die Server und die Rechner, die PCs von der Firma Aumann angeschaut und haben da natürlich in den ganzen Cache-Login-Daten finden können. Weil du siehst, ich habe den Stift schon in der Hand. Am Schluss ist es durch ein Ausschlussverfahren so gelaufen, dass sie gesagt haben, sie haben den Standort des Rechners, wenn ich das richtig rekapituliere, den Standort des Rechners in der Firma lokalisieren können. Und haben gesagt, okay, es muss eigentlich mit der IP-Adresse von dem Rechner von Andreas Dasu gewesen sein. Andreas Dasu bestreitet heute, dass es eine genaue Kennung seines Rechners gegeben hat. Denn, und das war Frau Dasu, die dann wieder dort eingestiegen ist, die Dasus haben diese ganzen Daten von der Firma Aumann, von diesen ganzen Rechnern, nochmal von einem unabhängigen Gutachter sich anschauen lassen. Und da ist es schon zweifelhaft, ob es wirklich genau Andreas Dasu's Rechner mit Andreas Dasu's Kennung war. Wir mussten feststellen, also es hat noch nicht mal die Polizei gesagt, dass wir in der Firma jemanden haben, der sehr waffenaffin ist. Es gab über 6000 Zugriffe auf Waffenseiten. Es gab verschiedene Foren, die angeguckt worden sind. Und die Polizei sagte einfach, nee, nee, das war einfach nur irgendwas anderes. Aber wir mussten durch unseren Gutachter herausfinden, dass einfach diese Sachen angeguckt worden sind. Das hat man einfach irgendwo vertuscht und wollte das irgendwo auch nicht scheinbar darlegen, weil das ja entlassen wäre auch gewesen von meinem Mann. Was aber wohl wirklich so ist, es gibt eben den Zugriff von einem Rechner, der offensichtlich in seinem Büro stand und dazu auch noch den Befehl des Ausdrucks auf einem... Okay, das kommt auf jeden Fall auf die Kontraliste. Das spricht doch sehr für ihn als Täter, ne? Ja, also wie gesagt, es gibt sogar offensichtlich die Verbindung zu einem Drucker, der in seinem Büro stand, wo er das dann ausgedruckt hat. Und dann gucken sie sich halt nochmal sehr genau an, wie ist denn dieses Verhältnis eigentlich von DASO und toll. Und finden eben diesen Nachbarschaftsstreit und finden darüber hinaus noch weitere Punkte, die sehr gegen ihn sprechen, wenn du eh gerade schon mal an der Dase bist. Es ist so, dass Andreas DASO offensichtlich sich mal informiert hat, ob sie nicht in eine Mietwohnung ziehen würden. Er hat sich offensichtlich auch mal, geht dann eben aus den Daten, die sie von seinem Privatrechner dann sichern konnten, hervor, wohl mal informiert, ob ein Vermieter jemanden kündigen kann, weil das Kind behindert ist. Und es ist, es scheint zumindest so, als ob er sich nach Gründen oder nach Möglichkeiten erkundigt hat, wie man entweder die Tolls aus dem Nachbarhaus rauskriegt oder wie sie selber eben in ein anderes Haus ziehen können. Wie wollen wir das nennen? Immobiliensuche? Weil das spricht ja auch gegen ihn sozusagen. Das spricht total gegen ihn, ja. Immobiliensuche, Ausweichmöglichkeit, irgendetwas so, ja. Und von da an, man merkt auch, dass sich dann die Art und Weise der Kommunikation durchaus, ja, auch in den Verhören so ein bisschen switcht. Man hat schon sehr das Gefühl, dass sie von da an sich sehr sicher sind, DASO war es. Und wir kriegen ihn jetzt auch dazu. Andreas DASO zum Beispiel ist am Anfang sehr kooperativ. Er hat ja nichts zu verbergen, so sagt er es. Und deshalb arbeitet er mit der Polizei zusammen. Und dann kommt es aber zu einem Punkt, wo er bei der Polizei Zeugenaussagen machen will und diese am Schluss nicht unterschreibt. Also wer noch nie bei der Polizei was ausgesagt hat, muss sich das so vorstellen, wenn du bei der Polizei als Zeuge bist, dann redest du, dann wirst du gefragt. Und der Polizist, der dich befragt, der protokolliert das. Also der schreibt sozusagen dann Gedankenprotokoll mit, was du alles gesagt hast. Und am Schluss kriegst du das vorgelegt, darfst es durchlesen und dann unterschreiben. Und es ist dann eben bei Andreas DASO irgendwann dazu gekommen, dass er dieses Protokoll nicht unterschrieben hat. Weil er gesagt hat, das, was die Beamten da aufgeschrieben haben, das stimmt nicht mit dem überein, wie ich es gesagt habe. Weil die es anders interpretiert haben. So, so. Die haben ja oft so ein schematisches, die schreiben das schematisch auch. Die schreiben das schematisch auch, genau. Es soll, glaube ich, im Wortlaut ähnlich sein. Aber in der Regel, also ich kenne das auch selber und wir kennen das auch aus anderen, in der Regel deckt sich das auch. Und dann sind vielleicht mal ein paar Formulierungen anders, aber in der Regel ist die Kernaussage gleich. Und Andreas DASO hatte offensichtlich das Gefühl, dass diese Kernaussagen nicht gleich sind und hat es nicht unterschrieben. Mir ist nicht ganz klar, warum man da nicht einfach das verändert hat, wo er sagt, hier, das streiche ich, das will ich nicht, das habe ich so nicht gesagt. Es führt dann dazu, dass er offensichtlich einige Aussagen nicht unterschreibt, was ihm später als totales Täterverhalten ausgelegt wird im Prozess. Weil man sagt, hören Sie mal, Sie haben doch diese Aussage gemacht, die unterschreiben Sie nicht. Das ist widersprüchlich. Soll ich das auch nochmal aufschreiben? Oder es ist zumindest ein Hinweis darauf, ne? Und es geht noch weiter. Du kannst ja vielleicht Täterverhalten, ich glaube, wir haben Täterwissen, vielleicht Täterverhalten nochmal nehmen. Ich würde jetzt einfach mal schreiben, Aussage, er hat die Aussage nicht unterschrieben. Das kann man ja auch, das ist ja auch. Das ist auf jeden Fall Fakt, ja. Was Sie auch noch gefunden haben, ist, dass er eben verschiedene Dinge wie Mantrailinghund, Spürhund gegoogelt hat. Frau DASO hat das damit begründet. Nachdem er wusste, dass er verdächtigt wird, ne? So, ja. Und so scheint es. Frau DASO hat aber gesagt, es sei schon viel früher passiert und es sei zu einem Zeitpunkt gewesen, als eben die Spürhunde nebenan waren. Da ist es jetzt natürlich irgendwie auch nicht so weit her, dass wenn man Spürhunde nebenan hat, dass man es vielleicht auch mal googelt. Aber vor Gericht sagt man, oder die Ermittler haben da ganz gesagt, guck mal, der guckt ganz genau nach, was können die, das klassisches Täterverhalten. Das ist so wie der Mörder, der an den Tatort zurückkehrt, um zu gucken, was machen die Ermittler. Okay, dann lass uns zum Ende dieser Episode noch mal ganz kurz zusammenfassen. Also, er wohnt nebenan. Er kennt den Tatort. Er fühlt sich angeblich vom Lärm seiner Lebensqualität erheblich eingeschränkt. Den Lärm seiner Nachbarn. Er lädt sich vom PC in seiner Firma eine Anleitung für einen Schalldämpfer runter. Er wartet, bis seine Frau und die Kinder weg sind, klebt die Bewegungssensoren für die Beleuchtung bei seinem Nachbarn ab, wartet hinter der Tür kaltblütig auf seinen Opfer, weil er immer morgens um vier den Müll rausbringt, eben, weil er das auch weiß. Er schießt anschließend die Frau im Schlaf und verletzt die behinderte Tochter lebensgefährlich. Und dann werden auch noch die Schmauchspuren bei ihm gefunden. Da kommen wir dann auch später nochmal zu. Ich würde mal sagen, Fall gelöst, oder? Ja, absolut nicht. Das kann ich so auf jeden Fall nicht. Sonst wäre es fast schon zu scheinbar. Nein, es sind natürlich, es scheint, als wäre der Fall gelöst. Hast du vollkommen recht. Die Indizien sprechen da ganz klar gegen ihn und die Indizienkette, was immer das Wichtigste sozusagen bei solchen Prozessen ist, die passt auch zusammen. Wenn man sich dann aber diese ganzen Indizien, die ja einer Theorie folgen, dass er es eben war, genauer anschaut, dann kommen da schon sehr, sehr viele Zweifel auf. Denn so deutlich, wie es hier jetzt bei uns vielleicht an der Tafel aussieht, ist es am Schluss nicht. Wir haben mit Experten, mit Forensikern, mit Waffenballistikern gesprochen. Es geht da um die Schalldämpfertheorie, um den Ablauf des Tathergangs, wie er von der Polizei rekonstruiert wurde, was aber natürlich auch eine Theorie ist. Es war ja keiner dabei. Da gibt es sehr viele Zweifel. Dazu gibt es auch noch durchaus andere Spuren im Hintergrund von dem Immobilienmakler Klaus Toll zu suchen. Da geht es um Finanzen, es geht um Rocker, es geht um das Rotlichtmilieu, es geht darum, dass Klaus Toll sich zum Beispiel bedroht gefühlt hat. Er wollte eine Waffe haben und das nicht von Andreas Daso, sondern die Spur führt in eine ganz andere Richtung. Von da an denke ich, werden wir in der zweiten Folge wahrscheinlich auf der Pro-Seite des Andreas Dasos vielleicht doch nicht wahr einige Punkte noch ergänzen können. Und dann gucken wir wahrscheinlich nochmal drauf. Ich bin total gespannt und stoppe die Aufnahme.